Verwenden Sie Rollsroller beim Entgittern von Plotterfolie als Arbeitstisch. Hängen Sie die Rolle mit Application Tape am Balken auf. Führen Sie das Application Tape um die Walze und sorgen Sie dafür, dass es parallel zur Rolle verläuft. Senken Sie die Walze zum Fixieren bis auf den Tisch ab. Ziehen Sie das Material zum Befestigen einige Zentimeter vor. Heben Sie die Walze an, bewegen Sie den Balken per Hand vorwärts und senken Sie die Walze auf den Träger ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nun kann die Plotterfolie kaschiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nun kann die Plotterholie sich im Untertitelung des ZDF für funk, 2017